Moin Moin Erik. Moin hier aus Kiel. Wir haben jetzt Tag 3 des Trainingslagers HP. Okay, ersten zwei Tage kein Wind, also ist der erste richtige Trainingstag heute. Wir geben richtig Gas und gucken, dass wir auch möglichst viele Stunden heute noch reinkriegen. Aber ich weiß nicht, also der Wind sieht aus, als wenn der Wald wieder geht. Vielleicht schafft man nur so 3, 4, 5 Stunden heute und dann ist das Ding auch gelaufen. Jetzt muss er hier abkühlen. Schönen Morgen baden. Boah, ich bin zu dick angezogen heute hier. Komplett Arktis oder auch Superwarm genannt. Mit langen Armen. Ein bisschen doll. Erstmal hier ein bisschen kaltes Wasser rein kommt. Ich bin aus dem Boot gefallen. Aber wo ist die Cap, Alter? Schwimmt die nicht? Äh, Cap ist verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwo sieht. Seht ihr sie? Ach du hast die Cap? Hä, wie bin ich denn nach Lee gekommen so weit? Also es geht jetzt gleich weiter und dann hab ich auch wieder ne Cap. Feierabend hier aus Kiel. Wir hatten ein langes Wochenende. Wir hatten Spaß. Wir hatten auch ein bisschen Trauer, denn der Wind war nicht so da, wie wir ihn haben wollten. Aber insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Wochenende, ein atemberaubendes Erlebnis auf dem Wasser. Und in dem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Adios. Euer Thomas und Erik. Ciao. How could you do this to me?